Hallo und herzlich willkommen zu einem wichtigen Info-Video dieses Mal geht es um eine aktuellen 3DS Projekte da wären Super Mario 3D Lens und Paper Mario Stickers da ich werde diese beiden Projekte nämlich abbrechen das hat folgende Gründe um ich finde ich bin nicht mehr das ist schon mal ein einer der Hauptgründe und ein anderer Hauptgrund wäre das mit dem Aufnehmen klappt nicht ganz so gut wie ich mir das vorgestellt habe und zwar die Kamera nimmt den Ton sehr schlecht auf und ich muss das separat machen mit meinem Handy und da dass mein Handy etwas verzögert macht ich kann das nicht gleichzeitig machen also nicht ganz genau und wenn es auch noch um eine Sekunde verzögert ist, ist das Video auch verzögert ist ja ganz logisch und da muss man schon ein bisschen Glück haben dass das perfekt passt deswegen breche ich das ab ein weiterer Grund wäre die Qualität ich habe mir jetzt vorgenommen dass ich nur noch Let's Plays machen werde mit einer guten Qualität und da werden wir auch jetzt beim Hauptpunkt schon beim anderen Hauptpunkt das ganze Infovideos ist ein Hauptpunkt ja blödsinn ähm und zwar kommen SNES Projekte und zwar werden zwei ähm für Super Mario Freeland eins ersetzt und für Paper Mario Sticker Star was das weiß ich noch nicht genau das überlege ich mir noch ähm aber ihr könnt gerne also eins wird Super Mario World sein das ist schon mal sicher aber das andere Projekt das starten wird könnt ihr entscheiden unter diesem Video bitte schreibt doch einfach mal ein oder zwei Vorschläge rein und wenn gute dabei sind dann werde ich die ja annehmen und das entsprechende Spiel Let's Plane ähm MyGuard7 geht ja auch bald zu Ende aber äh deswegen könnt ihr auch drei Projekte nennen aber es sollten hauptsächlich bekannte Spiele sein ich kenne jetzt für ein SNES eigentlich nur die bekannten Spiele ja klar könnte man jetzt unter bekannt äh viel interpretieren aber gut also es sollten nicht total unbekannte Spiele sein ich denke äh ihr wisst was ich meine ja ähm das war es auch schon wieder ich will mich ein bisschen kürzer halten deswegen sage ich tschüss bis zum nächsten Mal wo es braucht ja wir Vielen Dank.